Was willst du machen? Eine normale Runde? Ja, ja. Das andere ist ein bisschen stressig. Ja, es war echt übertrieben stressig. Aber ich glaube... Es ist trotzdem geil, auch wenn es mega stressig ist. Ich glaube, das wäre zu einfach. Ich glaube, später bei mir können wir ergänzend machen. Das finde ich geil. Aloha und willkommen zu einer Runde Kartik von Mitgeisti. Hi. Yoshi. Yoshi. Hallo. Entschuldigung, ich war konzentriert beim Satzschreiben. Ach so, ja. Hallo. Alter, was soll ich schreiben? Ja, Digga. Das ist so das Cringe. Ich habe keinen Satz. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe keinen Satz. Es tut mir leid. Oh, ich habe nichts gehört. Ja. Okay. Warte, ich muss es lustig zeichnen. So auch. Ach so, wie mache ich das denn jetzt? Oh mein Gott, gerade ist was anderes, Alter. So. So. Dann die Beinchen. Warte Frage. Ach, du heilig, Mutter Maria. Das Problem ist, ich habe das noch nie gegessen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, Alter. Ja. Okay. Okay. Ach, du heilig. Oh meine Güte, wie sieht das denn aus? Oh mein Gott, wie soll ich das zeichnen? Okay, auch wenn das wieder am Fluchen. Das sieht schlimm aus. Digga, wie soll ich das zeichnen? So. So. Wie mache ich hier unten noch? Oh nein. Ja, keine Ahnung, wir werden es ja sehen. Oh mein Gott, nee. Nee, nee, nee. Das kann ich. Doch, wir werden es sehen. Doch, doch. Ja. Passt. Digga, was ist das? Was? Was ist das? Oh shit. Not good. Oh nein, ich habe dich falsch wahr benutzt. Ohhhh. Ich meine, wenn du mir immer so richtig gestresst, dann machen wir einfach irgendwas und es geht alles kaputt. Ja, irgendwie schon. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, das passt doch, wenn ich... Ja. Oh mein Gott. Na ja, was habe ich da gezeichnet? Äh, ja. Ja. Okay. Ähm. Äh. Was ist das? Äh. Äh. Oh. So. Aber ich finde auch, ne, fehler aber irgendwas. Verdammt... Ist es zu wenig Zeit? Warum ist es eh... Weil jetzt das ganze Spiel so stressig... Äh... What the fuck? Geiler Satz, Alter. Okay, ich hab ne richtig gute Idee, was ich dazu zeichnen soll. Yoshi. Ja? Zeit. Oh shit. Oh scheinbar. Ich hab alles eingemalt. Passiert. Ja, einfach den Pfeil rechts drücken und zurücksetzen. Ja. Zum Glück geht das. Das ist wirklich so, ja. Alter, nein. Nein. Oh mein Gott, was mach ich hier? Ja, das sieht nicht schlimm genug aus, der muss schlimmer aussehen. Hallo? Ohohohohohohohohoho. Albt ist ein mies. Das sieht jetzt irgendwie aus wie ein Clown, aber naja, juckt mich ja nicht. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich bin gespannt. Ja, bin ich auch. Ja, es tut mir nochmal leid, mir ist nichts eingefallen. Ich hab keine Ahnung, was ich schreiben hätte sollen. Aber wir werden es ja sehen, was ihr so hattet, ne? Das sind vielleicht bessere Sachen. Oh, das... Frohlichst natürlich, ja. Ja. Let's go. Okay, also ich wollte ganz simpel nur von euch, ne? Ende lacht weinenden Yoshi aus. Ja. Das war's. Nein, 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 nein. So, meine Idee. Gucken wir mal, was Weizen gezeichnet hat. Äh. Äh. Ende lacht weinenden Yoshi aus. Ach so, er lacht sogar Tränen, krass. Aber Yoshi weinenden... Alter, Yoshi... Oh mein Gott. Ach, das soll... Ich hab doch gedacht, das soll eine Raupe sein. Nee, das ist Yoshi. Drum hab ich so grün gemacht. Ja, ich hab... Also ich hab schon gecheckt, dass es Yoshi ist, aber ich hab ihn zu einer Yoshi-Raupe gemacht. Scheiße, Alter. Ach, Yoshi. Erkennst du dich wieder, Yoshi? Kurze Frage. Ja. Ja, das ist... Das bist du, ja? Ich hab auch im Relapse so eine Nase. Ach so, ja. Du hast so kleine... Kleine Füßchen, ja? Okay. Ganz richtig geil. Wie spitzst du eigentlich auf deiner Tastatur, wenn ich so sagen darf? Na ja. Also mein Satz dazu war... Yoshi ist eine Raupe und Enderlach. Wie so auf Wahl gelesen wurde. Da hab ich mir Mühe gegeben. Das bildet mir nicht gut. Du gibst dir immer Mühe. Das ist das Problem. Oh, sorry. Ja, ja. Schäm dich. Der beste Zeichen ist Yoshi von uns vier. Ich glaub ich auch, ja. Oha, oha. Es ist mega cool. Es ist geil. Es ist gesteig. Also ich dachte, als erstes, dass du ein Busch bist, aber ein Raupe sind auch nicht. Yoshi der Busch. Yoshi ist Busch-Camper. Yoshi ist der Kämpfer, ja. Aber wie schön, dass Ender lacht. Vor allem mit seiner Krone. Ich zeichne... Ich sollte auch Ender seine Krone zeichnen, nein. Okay, ich hab geschrieben, Ender lacht, weinen Yoshi aus. Und dadurch ist halt ein King of Ender gekommen, der lacht, während Yoshi in der Raupe ist. Ja, ja. Ja, in gewisser Weise ist ja schon das Gleiche. Okay. Ja. Lieber Rouch. Yoshi fährt Ski auf dem Wasser. Yoshi fährt Ski auf dem Wasser. Ah, das sollte Ski sein. Ich glaub, ihr habt so gute Ideen gehabt, ey. Mann. King of Ender. Die Zeichen ist gar nicht mehr so schlecht geworden. Oha. Ah, jetzt weiß ich, was ich bekommen hab. Das sollte das sein. Ah, ah. Also der Helm sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber... Ja, aber wie soll man denn... Also ich muss Yoshi verteidigen. Wie soll man denn darauf kommen, dass man Ski auf Wasser fährt? Ja. Das ist ja nicht mal logisch. Ich sag gleich, was das für Wendes Bild angezeigt wird. Ja, ja. Also, nee, warte, wenn, wenn. Yoshi mit Hut auf der Jagd nach Fischen. Ich hab gedacht, dass du hast... Ich hab Papunen in der Hand oder so. Ah, Yoshi. Weck der Jagd auf der Jagd nach Fischen. Fische. Ich hätte die Fische nicht machen sollen. Ich hab mir gedacht, komm. Ich hab noch Zeit, also mach ich Fische. Das Ding ist, dass du Jagd geschrieben hast, hat mich verwirrt. Weil eigentlich fischst du ja nach Fischen. Weißt du, nein? Ja. Deswegen wusste ich nicht, dass du von mir möchtest, dass ich zeichne. Deswegen hab ich einfach gezeichnet, wie du auf Fische einfach draufknallst. Da sieht man ja gut aus. Ey, was bist du, Alter? Also so ein kleiner Stock. Und irgendwie 50. Das ist doch die krasse Pistole. Mir fällt da das auf, dass du einfach den einen Behinderten-Fischbus abschießt. und die anderen sind hier, die die normalen sind. Echt voll gemeint von dir. Ja gut. Du hast Nemo abgeschossen. Nein. Schäme dich. Ich war der Böse. Schäme dich. Schäme dich. Okay. Ja, ich finde es ein bisschen Bilder rausgekommen. Lieber Herr Ender. Ja, ich wollte auch was ganz anderes für dich. Wer an einer Burg, an ein Schloss denkt. Okay, ja, ja. Ja, okay. Also, habe ich nicht erkannt. Bin ich jetzt schon ehrlich. Joshua, was hast du gezeichnet? Ja, okay. Ist gut gebaut. Das Problem ist bloß, ich dachte halt, ne? Ich zeige es halt direkt. Geist, die baut eine Burg. Oh nein. Jetzt kommt mein Salze. Das oben links ist das gleiche, wie was ich gerade baue. Im Sinne von Ausbau. Ja, ich wusste nicht, wie ich ein Schloss baue. Ja, aber hey, doch, hast du gut hinbekommen. Das ist okay. Wieso hätte ich denn auf Ender sein Ding kommen können? Also, ich hätte darauf kommen können eigentlich. Aber ich hätte mir auch gedacht, irgendwas müsst ihr mit der Sprechblase ja aussagen. Weil es hat bei mir im Satz ja gefehlt. Aber es war schon gut. Denkblase. Da hast du richtig, danke schön. Ach, er hat recht, er hat recht. Äh. Ja. Ja. Es ist doch schön, dass der Geist in der Hand am Rücken hat. Ja. Das ist bei mir normal. Ich sitze auch gerade rückwärts. Scheiße, ich muss doch nicht mal eine Burg bauen sein. Da darf ich dich, was ist das? Rechts ist die Burg, ja? Ja, ja. Und was ist dieser, was ist dieser? Sollten eigentlich die Bausteine sein? Und was ist dieser Notenständer da? Das sollte eine Schaufel sein. Eine Schaufel. Ah, eine Schaufel. Okay. Ja. Ich kenne es auch. Hätte ich das mitbekommen? Ganz bestimmt hätte ich das erkannt. Ja, aber okay. Es ist aber echt viel gezeichnet sogar für die Zeit. Und dann, ähm, Yoshi. Oh, ist das geil. Yoshi isst Sushi. Ach, du hast das geschrieben, ja. Junge, ich habe doch keine Ahnung, wie Sushi aussieht. Ja, was erwartest du? Also, dass ich das, meine Leibspeise... Ja. Ja, nee, ich esse sie leider nicht. Schade. Ja, du isst jetzt halt einfach rot und braun. Das war Sushi. Natürlich ist das Sushi. Was siehst denn du? Ja, jetzt früßt mich. Ich weiß, was er gesehen hat. Oh, nein. Yoshi ist ohne Freunde Kuchen. Ohne Freunde. Das muss natürlich dabei stehen. Oh, nee, Alter. Sorry. Hast du das gezeichnet, ja? Ja. 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 Das ist lächelnd wieder. Am Seil. Wie lange bin ich denn? Warum hab ich nur so einen Riesenbauch? Weil du so einen Kuchen gegessen hast. Er ist so einen Riesenbauch. Ach so. Oh, Alter. Ohne Freunde. Das ist so traurig geworden. Yoshi wollte einfach nur sehen, wie er Sushi isst. Auf einmal isst der Kuchen ohne Freunde. Ich hab mir die Fragezeichen gemacht. Ich hab mir die Fragezeichen gemacht. Das ist okay. Tschüss. Tschüss. Schaut bei Tommy vorbei. Ach so. Ach so.